Doch, ja. Romöl, nenne mal den Spaß. Dann haben wir hier noch ein paar Materialschiffe liegen. Dora, was ist da los bei dir? Einer ist der Nachteil mit den Gebäuden, wenn die direkt an der Gasförderstätte stehen. Dynamitspielchen, ja, da spielst du wieder mit Dynamit da oben rum. Hab ich ja schon so oft gesagt, lass es sein. Aber du kannst ja nicht lassen. Er wohnt da hinten, zählen Ruhe in seinem eigenen behaglicher Entdeckerhütte und davon schmeißt er mit Dynamit um sich. Aber sonst noch was, wenn man gerade im Reparaturmodus sind. Nein. Gehen wir wieder nach Rom rüber. Bauen die Minen. Dann sollte man vielleicht noch ein Regionalministerium setzen, damit das alles Sinn ergibt. Und hier ist, sage ich mal, Ministerium für Arbeit, nicht Wohlfahrt. Hier ist der Slot. Items hat uns freundlicherweise das Minenschiff gebracht. Hier wird es auch sportlich, in den Lufthafen zu setzen und so weiter und ein paar Einwohner. Das wird auch noch ein Spaß. Auf den kleinen Inseln stelle ich es mir nämlich schwierig vor. So, versorgt Zinsse. Gut, jetzt muss man noch aufs Materialschiff ein-, zweimal warten. Und dann geht es hier los mit dem Kohlen. 59. Habt ihr schon Strom? Nö, doch jetzt. Jetzt geht es los mit dem Strom. Mal reinschauen. 59. 57. Äh, 75, sorry. Und wir haben genügend Kohle und genügend Eisen. So muss man nur noch nach Kupfer-Ausschau halten irgendwann mal. Aber sieht man ja, die Nachfrage ist nicht gegeben. Aber bei Eisen und Kohle haben wir es halt dauerhaft dieser Nachfrage. Du hast wohl dauerhaft ein Problem mit so wenig Laderampen. Oh, no Materialschiff. Wo ist denn das von Rom unterwegs? Ah, legt grad an. Legt grad an hier. Gut. Wir machen mal unseren Klassiker wieder. Schwarzwald. Hintermaskerad. Schwarzwald V6, nein. Schwarzwald Fisch. Holz. Um der Geschichte näher. Bretter, da ist doch. Schwarzwald Bretterschiff. Stimmt, für die Autos brauchen wir ja auch noch Messing. Und dann brauchen wir auch noch mehr Kupfer, mehr Zink. Aber ich... Kohle und... ...Eisen müsste durch sein. Was kann man denn eigentlich in Paris? Ja, da machen wir mal Kupfer ohne Strom. Also da kommt auch noch mal Kupfer bei rum. Ja, da haben wir erst mal nur die... ...Quarzgruben unter Strom gestellt. Ob ich auch gleich richtig aufziehen kann. Naja, jetzt ist es zu spät. Werd' eh nochmal platt gemacht, denke ich. Da haben wir ja auch die Lehmgrube nicht verschoben. Und ich sehe... Ach Gott. Da waren wir wohl sehr verzweifelt, als wir das gebaut hatten. Da waren wir wohl sehr verzweifelt. So. Kommen wir da im Ministerium für Wohlfahrt. Genau, weniger Nachfrage nach... ...Krauferei. Da ist unser Schwarzwald Bretterschiff. Ups. Sollt auch noch STRG drücken, nicht nur Shift. So. Siegel fehlen jetzt. Da ist auch Schwarzwald Ziegelsteine. Da gab es da nicht... ...Dampfwagenfabrik gab es da nicht irgendwas, ...dass man was tauschen konnte. Dampfwagen... ...Fabrik. Definitiv Bruno. Wenn ich jetzt mag, sagt. Welcher Mellisch auch nicht verkehrt. Footprint. Die Poth-Hemden-Massen-Montage-Band. Anstelle von Dampfmaschinen verarbeitet das Gebäude Glühfelden. Ha. Hört sich nicht so verkehrt an. Dann spart man sich nämlich die ganzen Messingschose und die Dampfmaschinen und davor. Mal nur schauen, haben wir genügend Glühfelden. Musst du, da kommt mal was tauschen. Ja, Glühfelden haben wir. Glühfelden haben wir noch und Puffer oben raus. Weil lieber lege ich Glühfelden nach. Die laufen nämlich auch relativ entspannt mit... Jo, mit Kohle nur. Dann würde ich rüber über Glühfelden gehen. Kohle haben wir ja jetzt. Muss ich mal eventuell nochmal nachlegen. Aber lieber lege ich Kohle nach, wie dass ich Messing, Kupfer und Zink nachlegen muss. So, haben wir hier oben jetzt. Da müssen wir noch einmal draufdrücken. Beziehungsweise wir sollten die Ziegelsteine mal rausschmeißen. Dann wäre auch Rom minentechnisch fertig. Handelskammer sind knapp im Einflussbereich des Regionalministeriums. Aber ganz knapp. Kannst du heute mal noch sagen. Chrom, Kohle habe ich glaube nicht eingestellt. Schmeiß weg. Wie hieß es drüben? Palermo. Damals eingestellt beim Eisen. Lauf noch ausbauen. Dann läuft auch das rund. Jetzt können die entspannt vorlaufen bis 500. Also vom Baumaterial. Und Kohle und Eisen wird abgeholt. Dann passt das. Gehen wir mal wieder zu unserem Fregatten hier. Äh, zu unserer Regatta. Da müssen wir doch auch wieder weiterkommen. Steuermann. Und eigentlich hier die Stimmung bei den Gelehrten. Sind versorgt. Lebensqualität. Über regionale Post. Und die drei Sachen blende ich mal aus. Weil wir sie nicht fertigen. Neue Befehle. Dürfen noch zwei über sein. Jo, eine. Zwei. Schauen wir mal rein. Eins, zwei genau. Und dann geht das im Wechsel los. Bis 31 logischerweise. Weil noch eine da oben offen ist. Ja, dann passt. Ich bin jetzt wirklich immer noch am. Überlegen hier oben den. Erras rauszuwerfen. Und dafür den Logistiker reinzuschmeißen. Hintergrundversparen uns die Handelskammern. Könnten hier ein bisschen mehr produzieren. Weil wir haben ja noch ein, zwei Sachen offen. Das machen wir hier. Bauxit. Ich glaube, wir können auf Spau-Oxid verzichten hier unten. Ja, ich verdecke durch die Cam leicht. Aber das Spau-Oxid 396 zu 31. Und das wird nur gebraucht für Albu. Jo. Machen wir das so. Also, der Sapir rückt nach vorne. Ferras fliegt raus. Der Führ kommt rein. Der Logistiker. So, nehm ich aber den Lufthafen mit und drehen wir den. Jetzt nimmt er mit. Genau. Haben wir ja auch den Logistiker-Effekt. Und wir haben die Möglichkeit, hier schön was zu produzieren. Ich frage ich noch was. Was könnte man denn machen ohne weiteres? Parfüm. Orchideenhammer. Ethanolhammer. Rokosölhammer. Machen Parfüm. Soll ich nur, passt hier da rein irgendwie? Nein, natürlich nicht. Gedreht vielleicht. Gedreht könnte gehen. Oder am Rand gedreht. Ja. Am Rand gedreht geht's. Ja. Ich muss nur einigen, wovon und hinten ist bei der Boote. Mal geht da. Ja, wenn wir uns zurücksetzen, geht auch hinten noch. Dementsprechend links und rechts. Das hier rein. Dann machen wir mal hier einen Weg. Und. 1, 2, Feuerwehr. So. Parfüm-Labor. Was bietest du uns denn an? Parfüm-Labor. Ach ja. Schwierig. Ferra, Salvador und Hebehühne. Kein Ethanol-Buch. Ja. Ferra, Salvador, Hebehühne. Hab ich jetzt was übersehen. Und Ferra, das haben wir schon hier. Stimmt, das war ja von der Mine oben weg. Ähm, paar Parfüm-Labor. Parfüm-Labor, Salvador und Hebehühne. Hab ich jetzt was übersehen. Mal nachschauen. Für mehr den Brunella. Ach, Beinschluss zieht da rein. Ne, da ist sonst nix sinnvolles. Wartungskosten, Wartungskosten mit Brandgefahren zur Späße. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben das geschafft. Ich schaue trotzdem mal nach bei Layouts, was wir denn vorschlagen. Hieb schwer auf die große Glocke und auf die innovative Presse. Und Ferras. Jo. Erster Vorschlag, Ferras. Extrem laute Glocke, innovative Presse. Zweiter Vorschlag, Ferras. Ambistianischer Gesandter. Warum? Weil wir dann statt Kräuter Hibiskusblüten nehmen. Bei 35% Produktivität. Die kriegen wir auch über die Hebehöhne. Das blaue Item, welches blaue? Äh, da den, den, äh, im Bild. Die blaue Hebehöhne noch. Stimmt, der macht auch noch eins. Ja, aber der nimmt dann Hibiskusblüten. Naja, nehmt man halt. Nehmt man. Gekauft. So, und ihr braucht jetzt, äh, 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 Bienenwachs, Orchideen, Bienenwachs. Äh, müssen wir Bienenwachs rankaufen. Antilsrot, äh, Bienenwachs, mach mal in Ambisa. Da weiß ich ja mal mehr als genügend. LCL. Neu. Bienenwachs. Naja, das hat jetzt irgendwie Bienenwachs genommen. Statt Kokosöl. Aber das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ich dachte eigentlich, er nimmt hier oben die Orchideen weg und sagt Hibiskus. Aber ne. Er nimmt Kokosöl weg und macht Bienenwachs. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil Bienenwachs weiß ich eh nicht wohin damit. Bienenwachs. Warum hast du denn? Hier, und da stehen nur zwei Imkereien. Vielleicht müssen wir eine dritte bauen. Eventuell. Müssen wir jetzt mal schauen, was wir hier an, äh, Parfum rauskriegen. Wie viel mal denn weltweit brauchen. Oh, da sind wir noch lange nicht fertig. Okay, es gibt wohl mehr Bienenwachs. Wir sparen uns Kokosöl. Item überzeugt mich. So, wie schützt hier die Lage so. Ja. Lass uns mal aus Gründen eine Straße eventuell bauen. Aus ganz anderen Gründen setzen wir euch vor an die Straße. Jo, lieber Bienenwachs als Kokosöl. Vor allem, weil wir nur zwei haben und da drüben... An das Bienenwachs, ich mein hier in Altschir. Nein, tun ist was. Jo, das ist ja hier schon vorbereitet. Das ist ja hier schon vorbereitet quasi die Felder weiter. Moment, bevor ich was Falsches sage, haben wir noch Pumpenanschlüsse? Ja, im Zweifel gibt es hier in dem Feld, ähm... Nochmal, ach komm, was heißt im Zweifel? Warum bauen wir es nicht direkt? Oh, da passt was nicht. Da stimmt was nicht mit dem Quergang. So, jetzt nochmal rein. Die maue ich noch hier eine schöne, äh... Ob den da unten, lassen wir mal weg, den Kanal. Bauen die hier aus. Statt an Straßenanschlüsschen, bist glücklich. Oh, da müssen wir uns aber acht geben mit den Kanälen. So kann man nämlich nur bauen. Jetzt müssen wir hinten noch schauen, wo man hier... Ja doch, geht doch. Ne, ein zweiter Punkt da. Da wird gebaut, so. Der Timer ist klasse. Vielleicht nervig als Zuschauer. Ich glaube nicht. Der kommt alle 40 Minuten. Ähm, wir haben diese Tickets. Ich denke absolut nicht an diese Weltausstellung. Ebenso nicht an das Stadion. Beziehungsweise, äh... Stellen wir hier einen Wecker oder was, ja. Dann lieber ein schöner Sound. Oder ein Alert im Stream. Und gut, ich... Läuft das jetzt wieder an, ja. Läuft. Ja auch, ja. Können wir hier weiter Bienen ziehen. Wer kommt da rüber? Geht dann hier runter? Ja, geht so. Man muss das nur ein bisschen anderweitig bauen. So, jetzt lassen wir da Platz. Dann geht's theoretisch hier irgendwo weiter. Brauchen wir wieder... Kanäle. Und noch mehr Kanäle und noch mal Kanäle. Dann geht's super hier auf mit der Flucht. Das sind die Felder 288. Ist halt auch leicht übertrieben. Da oben können wir noch was raus holen irgendwo. So. Äh, aber nicht so. So kann man's machen. Oh, Moment, wenn ich dich abreife. Ja, passt doch. So geht's. Wir haben halt erst 195. Gut, da hinten wird's jetzt spannend. Ja. Da haben wir nur noch einen. Ja, das wird auch gehen, oder? 388. Der ist verbauts Erste. So. 209. Hm. Gegenfrage für Bienenwachs machen wir denn jetzt. Vielleicht rein auch 3. Nee. Nee. Ah, den können wir so hier nicht bauen. 209. Das da hinten sieht nicht aus, als wären das nur 80 Kacheln. Was wäre denn, wenn man... Muss der Weg da überhaupt entlang laufen? Nö. Kannst du auch den Weg da drüben nehmen. Ahem. Gut, nimm schon auch den Weg da drüben. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Kanal, den können wir hier auch unterbrechen. Ah, die Schiene können wir nicht unterbrechen. Ah, wir bauen den Weg anders, dann die Schiene. So. Dann die Schiene. sieht aber auch nicht nach 288 aus oder 280 oder was noch offen ist wir sparen uns jetzt auf jeden fall die geschichte dann das gleis hier weg den kanal kann man hier irgendwo unterbrechen den kann man nicht unterbrechen können nur kanäle sparen an der stelle ach tata geht doch etwas speziell es geht macht das halt hier alles im knick man kann es auch da hinten reinhauen ich kann mit dem knick hier leben im moment noch theoretisch kommt man auch die felder hier hinten reinziehen wird auch so ein wechsel macht und geht in von uns aus kenne jetzt horizontale richtung mit den kanälen ja das machen wir auch wird man doch nimmer woher kommt der kanal hier weg das war der hauptkanal das ist die haupt dann bauen wir hinten so weit wie möglich jetzt muss ich mal kurz das wasser warten ne geht doch warum geht es jetzt ach so wir haben den falschen jetzt gebaut müssen ja eigentlich eh alles abreißen machen wir doch das vor dann gibt es jetzt hier ne 90 grad kurve mit der wassergeschichte mit den kanälen und zwar einst abstand lassen immer schon mal rüber ich glaube da muss noch mal eine reihe rein jetzt haben wir noch genügend platz das war schon suboptimal gebaut die menschen lassen sie hoch leben muss der kanal hier sein ich finde das hier einfach abknickt und oben dann zusammenläuft ich finde das hier einfach abknickt und oben dann zusammenläuft dürfen wir hier oben nicht weiter da dann zu machen hierzu machen dazu hierzu dann können wir uns das hier unten nämlich schenken die geschichte dann müssen wir wieder aufs wasser kurz warten dann können wir nun keine platz dann können wir nun keine platz ging sogar noch mehr da ist schon mehr drin da ist schon mehr drin noch mal mehr noch mal mehr hier da unten noch eure felder hier muss einst weiter aufhören damit wir noch mehr rum bekommen so jetzt gucken darf man hier noch einen hier 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 Ach, wär hier auch schon Feierabend. Mal schauen wie es hier aufgeht, ob es passt, aber dann gibt es nur 5, dann fällt die hier raus aus dem Raster. Gut, ab hier ist sogar... Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das sind jetzt 200, das ist zu klein. 232, ne, bringt keinen Fehler, gut, dann lassen wir es. Oh, wenn er hier keine Fehlermeldung hat, also ein Symbol würde ich so stehen lassen, die produziert jetzt zwar nur 80% statt 100%. Das kommt bei Rom 93 und wir verbrauchen aktuell 53. Gut, dann haben wir das. Dann können wir wieder zurück nach Havanna und hier weiter werkeln. Ne, noch eine Gans, wir sollten das Biesax nach Havanna holen. Okay, du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Haben aber keine Schiffe. So, jetzt haben wir irgendwann mal welche. Jetzt bin ich echt gerade am überlegen. Also kann man uns doch schenken. Nee, kann man nicht. Das Labor hat keiner am Schloss. Mit dem Glock nochmal da hinten dran rein. Jupp. Auch noch eins tiefer. Ja, klar. Gut. Ich glaube, hier haben wir es ausgereizt. Das gefällt mir gar nicht. Ist das aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Wird man generell not. Wenn wir den spiegeln würden. Ich habe hier ein Pündigenabschloss. Ich habe hier ein Pündigenabschloss. Ich habe hier ein Pündigenabschloss. Ja. Ja. Hier außen bauen wir nichts. Könnte klappen. Lieber bauen wir nochmal einen zweiten Kreis auf. Dann. Ja, wo dann? Hier nimmer. Hier nicht mehr. Da unten kommt schon der Dünger uns entgegenschossen. Gut, den Dünger können wir aber auch hier hinten setzen, theoretisch. Oder? Ja, den Dünger können wir auch hier hinten verschieben. Der in der Mitte nicht wäre. Könnte man sich die Straße da schenken. Ich will jetzt halt gucken, wie das ist. wie das Layout aussieht. Wahrscheinlich absurd hässlich. Entschuldigung. Ne, machen gar keinen Vorschlag. Selbst Anno Layouts hat keinen Bock gehabt. Layouts zu machen. Wir machen die dann an Parfüm. 91 und wir brauchen mehr. Ne, 52. Passt, passt. Gut. Wir lassen es so. Wir lassen es so. Wir können es noch erweitern. Menschen lassen sie hochleben. Aber nein. Wir sehen noch die Lagerhäuser. Bauen sie aus und sind glücklich. Dann kommen wir hier noch Urwald wieder rein. Sollten wir aber nach den Orchideen mal ausschauen. Malten nach Methanol gucken wir mal nett. Das ist Hammer. Orchideen machen es zu wenig. Wenn wir hier drei stehen. Malten wir noch irgendwo Orchideen anbauen. Wie groß seid ihr? 192. Gegenfrage, wo ist noch Platz für eine Handelskammer? Hier wäre noch Platz. Oh, was nehmen wir hier? Dünger und Traktore. Nichts Spezielles. Gleise hätte man an der Stelle. Bauer einfach mal. Traktorschone könnte man ja da bauen. Und Lagerhäuser hätte man auch auf der Seite. wo die Nandu Leder und Fäder rauskommen. Ach ja, das war es schon. Drei dürften auch nebeneinander. Nein. Na gut. Schauen wir euch mal ohne Felder. Den da drüben kopieren wir hier rüber. Oder können wir aber auf vier setzen. Wenn es dann aufgeht vom Platz. Ich glaube drei. Mehr gehen da nicht rein. Ich glaube es wäre nur frei. Ja. Die drei gehen auch nicht voll. Dann eins an. Zwei auf der Seite. Zwei da drüben. Lagerhäuser dran. Das muss vollkriegen. Können wir uns aber auch hier hinten setzen. Ne. Geht nicht. Weil Nandu fahren wir den Weg. Es funktioniert. Ich glaube wir haben es geschafft. Manche Leute kann mal einen Spritpreis von 10 Euro verlangen. Ohne mit der Wimper zu zocken. So. Dann spiegelen wir die. Jetzt setzen sie da hier drüben dran und rutschen eins nach außen. Der Optik wägen. Planen hier noch einen kleinen Tankhof. Das kann man uns hier sparen. Das Lagerhaus. Das sparen wir uns. Wir könnten hier auch auf Max Felder gehen, wenn es geht. Schauen wir mal, was gibt es denn für die Orchideen Zuchtbetriebe. Ali oder so rein. Superphosphat. Ich will hier keinen Abfall noch haben. Zum wegkachen. Wenn, dann tauschen wir ein Superphosphat aus gegen die Sämaschine. Das probieren wir mal. War hier der Lufthafen da? Dann holen wir mal einen Verrast von einem Flug, eine Sämaschine und den Superphosphat. Und das können wir hantieren. Wenn wir hier eh Platz haben oben. Genau, die Felder größer werden. Dann hauen wir mehr raus. Worte können meinen Dank nicht ausdrücken. Dann gibt es hier unten wahrscheinlich nur einen, einen Zuchtbetrieb. Ich brauche mal den Tankhof auf die Seite hier. So, setzen wir mal ein Ferras, Superphosphat, Delana Wunderpflug. Und dann gucken wir mal auf wie viele Felder, 236. Ja, hier Schluss. Und nimmst du die restliche Fläche. Jo, das geht sich doch aus. In diesem Teil, da war jetzt auch noch Platz frei. Mal gucken, wie wir es hier machen. Jo. Da gibt es nur eine Farm, ein bisschen Lager und der Tankhof von der Tür rüber. Spannend, ob man das, ja doch, das Ding mal füllt. Ja, passt. Dann bauen wir es aber hier oben auch anderweitig. Dann bauen wir es dann so. 270, 272, jo, haben alle mehr als sie sollten. Items sind drin, passt. Und wir kommen jetzt auf wie viel Orchideen, 113 und wir brauchen wie viel? 65, ja, haben wir noch Puffer. Gut, können wir es verlassen. Dann schieben wir nur noch die Sämaschine wieder rüber. Dann kommt mal gucken, ob die Schifflein schon fertig sind. So, knapp vier Minuten noch. Noch knapp vier Minuten, dann ginge es weiter. Weil dann würden auch das Greenbugs langfristig ankommen in Havanna. Die Frage, haben wir eine Parfümroute, die ist verteilt? Parfüm. Das sind die ganzen Versorgungsrouten. Wir karren Parfüm in die alte Welt. Wir karren es ans Kap. Wo brauchen wir es? In der neuen Welt brauchen wir es. Auch in der alten Welt sehe ich. Wenn wir es in der alten Welt brauchen, brauchen wir es auch im Kap. Aber nicht in den Besa und schon gar nicht in der Arctis. Okay, und da laufen auch schon Schiffe. Hä? Gut, das sind so Schiffe, die fahren wahrscheinlich seit Stunden rum und laden wieder was ein und logischerweise nichts aus. Dann schauen wir mal noch einen Zwischenstopp in Manchester. Ich glaube, die zwei Schiffe packen das einfach nicht. Die zwei Great Eastern Pro, Kohle und Eisen. Nehmen wir noch einen dritten, das jeweils mit auf die Route. Und nachschauen. Manchester. Eisen sind zwei. Kohle sind auch zwei. Ich würde es mit drei erst mal versuchen. Ich würde es mit drei versuchen. Beides wollte man logischerweise Eisen nennen, nicht Kohle. Und dann werden die Schoner eigentlich fertig für die Regatta. Dann machen wir mal noch Kohle und Eisen fertig, in der Hoffnung, es wird besser. Wir müssen den Hafen nochmal ja feststellen, in London eh nochmal umbauen, weil wir die Hafenmeistereien vergessen haben. Und es da jetzt schon so starr auskommt und wir sind ja noch nicht fertig mit dem, was da an Schifffahrtsverkehr stattfinden wird. Manchester Kohle, wo bist du da? Manchester Eisen. I.B. Da sind unsere... Wie auf Stichwort? LDL Neubeanenbugs. Bienenbar. Scheinbar Bienenbar, mehr Gegner. Kein Platz mehr frei. Oh, Bienenwachs. Oh, Bienenwachs. Das müsste jetzt auch noch mal bilanziell einen Schub geben. Ja. 51 Münzen und 16 Investoren bei den Hochhäusern. Apropos Hochhaus. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da war doch noch was offen. Was lief noch nicht rund, der Billardtisch und Co. Alles, was mit Ethanol zu tun hatte. Bis hier oben läuft ja jetzt Souvenirs. Genau, Billardtische laufen noch nicht. Und Spielwaren. Es geht über Ethanol. Äh, Quatsch. Über Celluloid. Sorry. Celluloid. Wie viel Celluloid braucht man denn im Moment? 32. Könnte man nicht auch bauen. Die Ausgangsstoffe dürfte man haben. Lässt sich nur in der neuen Welt logischerweise bauen. Guck mal, denn hier brauchen wir aber jede Menge davon. Ach, sind die hübsch zu bauen, bitte. Ich glaube, hier sind sie fehl am Platz. Weil zu wenig Platz. Die Menschen lassen sie hochleben. Hier wird es gehen. Nur die Mine im Weg. Die ist im Weg, weil die Mine im Weg ist. Das könnten wir auch hier drüben bauen. Hoffe ich doch. Nee, überschneidet sich dann mit dem Lehm. Okay, wir müssen mal ein Lehm umbauen. Warum lässt du dich nicht versetzen? Erzland aber. Lässt sich nicht bauen, weil unten. Okay. Legen wir aber hin. So haben wir es doch. Ja, wird noch passen. Dann schieben wir das Magazin wieder da oben rein. Bauen hier. Was ist denn das Lehm? Industrie. Die Dreckhaufen hin, bloß. Der Halbacher. Ja, passt. Der Halbacher. Das ist so.